1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 2 Los morgos Morgen! Muy la grande, morgen! Hast du gut geschlafen? Ja, habt ihr auch gut geschlafen? Ja, wir haben gekuschelt! Nee, haben wir nicht! Haben wir nicht! Was? Aber war gut, ich hab schon geschlafen! Ich auch! Ich hab auch richtig geschwitzt heute Abend! Ich nicht! Ich bin trocken aufgewacht! Das war's, Juro! Kompl-ple- Spaß! Heu mal in der Halle, Nathan? Nein, nein! Hi! Hi! Nice! Ja, wer braucht's nicht! Leute, was ich sagen wollte! Kennt ihr das, wenn ihr schon mal Wodka und Orangensaft getrunken habt? Und mehr Orangensaft als Orangensaft? Dann schmeckt Orangensaft jetzt immer nach Wodka! Versteht das jemand? Ich hab dir nicht zugehört! Wir sind hier auf dem Dreh! So! Und jetzt regnet's und ich weiß nicht, was ich machen soll! Und ich hoffe, jetzt bin ich nicht nur bis hier! Hey! Wollen wir nicht da! Oh! Oh! Und das ist ja... Das war seine Idee! Das war seine Idee! Ja, wir machen jetzt TikToks, ne? Genau! Und ich hab's ja noch nie gemacht, von daher... Don't judge me! Also einfach nur einmal so links... Weißt du, die linke Hand geht drüber, ja? Ja! Links... Rechts... Dann so nach unten... Unten... Dann klatschen... Und dann so! Hast du denn... Mit so... Mit so... Mit so... Also liebe Leute, ich find das hier ziemlich spannend, weil ich bin ja so... Äh... Unbedarf, was die ganze Social Media noch angeht, von daher... Ich lerne so viel dazu... Aber was ich... Ich kann euch sagen... Jeden Tag bestimmt TikTok machen und da rumtanzen! Jeden Tag! Es macht auch Spaß! Am Kudamm... Egal! Auf geht's! Ich sagte, es macht süchtig! TikTok macht süchtig! Ja, voll! Vor allem, wenn du ne Idee hast, dann haust du auch richtig rein! Dann machst du es auch einfach! Vor allen Dingen, wenn ihr das jetzt sehen könntet, die Filme gerade auf... Zeewa-Volm... Ja! Auf Zeewa-Volm stehen diese V-Log-Kamera... Genau! Na jetzt! Da! Schlecht! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! Oh Gott! Da! Das war... Also das war so zwei Leute! Beim dritten musst du jetzt klappen! Das ist ne Beste! Egal! Ich könnte es nicht verliessen sein... Egal! Das ist eine Katze! Ich könnte es auf jeden Fall machen! Ich könnte es auf jeden Fall! Klar! Oh Gott! Yo! Das wohnen! Wir schauen die Seite von der Fall ne! Okay? Ja! Wir schauen uns das noch kurz ... Auf jeden Fall sind wir immer noch umdrehen. Das, liebe Fische, was an der Stelle Die drehen hier noch irgendwie ein ja noch Videos Das hättest du mal nicht sagen sollen. Vielleicht macht jetzt keinen Sinn mehr. Keiner ist perfekt, jeder lernt noch. Damit man jede Pore von ihr sieht. Entschuldigung, kann dir ein bisschen leise sein? Aber nur ein bisschen. Was ist denn das? Hallo Daniel. Alles gut, wenn du zu lausend was schreien werfst. Ja, schrei du. Hast du mich erschrocken, Junge? Warum? Weil wir drehen und... Achso, stimmt. Wir sind erschrocken, Alter. Nein, alles gut. Wir haben im Video gerade ein paar Fotos gemacht, die gar nicht mehr so gut aussehen. Aber... Genau. Und jetzt gehen wir gleich noch zurück. Heute ist glaube ich nicht mehr so drehen angesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ja, es ist heute ziemlich entspannt. Also... Schädet auch noch. Ähm... Genau. Ich denke ich hab... Ich werde heute nicht mehr vloggen, weil... Ich... Das... Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin ehrlich. Ähm... Ich denke ich werde heute nicht mehr vloggen, weil ich ziemlich müde bin. Und... Ähm... Genau. Hier passiert zu viel. Deswegen... Ich bin einfach müde. Wir sehen uns. Brab minimal. So ist auf den L-N-Wein seminar. Wie bist du am 0? Ich bin einfach. Einfach mal. 45. ashamed. Es war dafür ein...